Die Mission ist richtig und wichtig. Fortunastein. Die Mission ist richtig und wichtig. 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 Das komplette mit Menschen ist ja. Das war eine bestimmte Mission, ey. Zeit sich raus, ey. Passt da auch, denkst du so. Das erste, was ich heute mache, ist erstmal betten. Das war nicht gut. Ihre Schwester bräuchte ein kleineres und Riki wollte ein größeres. Ah, also habt ihr einfach getauscht, weil sie das größere hat und ihr das die kleinere Version. Somit alle happy. Ja, moin. Das macht Spaß. In Anführungsstrichen, hey, Raila, moin. Hey, na, ist klar bei dir. Ich wünsche dir einen vierten, schönen vierten Advent. Sehr willkommen. Guter Mannsdeutsch. Heil, Mithril. Ich habe heute gesündigt. Oha. In welchem Sinne denn? Ich habe einen Baum gekillt. Was? Ein Weihnachtsbaum? Ja. Mörder. Live on stream. Oh, wie viele sind das? Wo ist ihr? Hier kommt. Das ist genug. Hi. Geh. Wanna love this. Okay. Ja. Malmögen. Mach es nicht. Ja. Mach es nicht. Ich bin mir nicht. Ja. Es ist ja gut. Es besser gehen. Es ist gut. Es ist gut. Danke. Es ist gut. Es ist gut. Das ist ein guter Plaster-Baum. Der nadet immerhin nicht, ja? Einer der Vorteile, für die wir das Plastband sauber machen. Dann den Folge-Level ab. Let's go! Macht er mehr Damage? Oh no, you don't! This'll do! This is gonna sting! Heads up! Oh no, you don't! Bye now! That's enough! Heads up! Gonna love this! Heads up! Warma's over! You can do it, Zack! Wollt einen echten Baum haben, hab mich gefragt ob ich helfe. Ah! Dann seid ihr in so einen extra Tannenwald gefahren, oder? Wo man die denn selber fällen darf. Wie die denn nicht schauke? Now, die sind die. Es geht jetzt! Det wird dich nass! Got him! Got him! Got him! This'll do! This is gonna sting! Heads up! Hehe! Das ist gut, du möchtest! Oh no, you don't! Ich wünsche, dass sie diesen Mann sehen können. Zack, wir müssen gehen. Ist irgendwas falsch? Ja, nur lustige Sachen. Meine Eltern hatten immer welche mit Topf geholt und später im Garten gepflanzt. Da ging das mit den Nadeln auch klar. Ah! Ja, das stimmt. Wir trocknen die ja nicht aus. Fertig? Nope. Kann aber gleich vorbei sein. Da geht's los. Komplett geschlossen. Okay. Wir haben alle von ihnen gemacht. Und jetzt musst du... ...dass du kurz vor die Tür gehst, weil draußen ist Arsch kalt. Dann zittert man gleich wieder wach. Wir beginnen mit den Spielen. Erstmal den Kälte-Schock ändern. Die so brrrr. Ich geh wieder rein. Ist das wirklich Urlaub? ...dass du die vorst. Allamatide gibt's dafür. 15 Uhr gab's Kaffee, aber es hat wohl nicht gerecht. Abgehärtet von Koffein. Musst zwar Bibi fragen, wenn ich später da aussehe. Kann sie ein Lied von uns singen. Hä? Was denn? D-D-D-D-Ditz! Ausgehilft denke ich mal Mike Welter. Ja, pfff. Viel Luft. Also, das reicht doch schon, wenn man draußen 5 Minuten geht oder so. Die Kälte reicht schon, um einen wach zu machen. Aktivieren den Kombat-Mode. Wie soll ich dich killen? Der heilt sich ja die ganze Zeit. Äh... Wir brauchen Odin. Wir brauchen Odin. Wir brauchen Odin. Das hat ja gesuppen. Sie können viel, Zap. Aaaaah! Wir brauchen jetzt, das genug. Wie soll ich das? Ich mag das. Fertil. Da muss ich nicht aufstehen, faul als siegt. Ja, das ist ja keine tolle Mission. Fucking beam off mit Regina drauf, der sich irgendwie pro Sekunde um 7k heilt. Das ist kein Damage der Welt, den ich irgendwie machen kann. Oh, literally Odin. Okay. Activating Combat Mode. Oh yeah. Kannst du gut nachvollziehen. Hast du dir die Liste angeschaut, Reiler am Discord? Ja, Wakka halt zu Rate of Number Two, weil wegen dem Meme, was der war. Ich habe ja das Video geschickt. Und dann habe ich realisiert, dass Wakka Alp war ein lauter Zauber aus One Pieces. Vom Voice Actor her. Activating Combat Mode. Fand ich keiner cool. Emmett passt auch. Das ist ja ein fetter Villain gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Endwalker nochmal vorkommt in irgendeiner Form, aber der war ja in Final Fantasy 14 sehr lange präsent. Was sollen die vier Thun sein? Da ist eine. Warners Seite ist eine. Und hier ist eine. Okay passt. Activating Combat Mode. Oh yeah. Oh yeah. Ich sag mal nichts. Okay. Also kommt da nochmal vor. Das ist wirklich keiner insane. Irgendwann kommt man mal wieder dazu mit Final Fantasy 14. Activating Combat Mode. Oh yeah. 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 Juffi ist zurück. Oh yeah. Kein Bock zu trainieren. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I finally defeat Shinra! Yes, yes, it's all very impressive. I knew that mail was from you. Oh, how do you know my mail address? You wanna know the truth? Yes, I do. Then why don't you check your mail? PUT! Yeah, just pick your phone out of your pocket and... Hey, what gives? Sorry, but no dice. You thought you could steal something from me while I was busy looking at my phone. Didn't you? I'm not falling for that. So, how did you get it? My mail address? You will tell me this time. It's... And she's crying again. Damn, she really can't turn it on like a faucet. Hey, I never learned how she got my mail address. You will never know. Huh... Hehehe, mueeh... Weeeh... Uh, holt die Taschentücher raus, ja. Raila, weißt du, wie man einen Kreisescore Triple... Blitzka bekommt? Meinen Namen kann ich dir nicht verraten. Dafür aber eine ziemlich heiße Info. Übrigens hab ich ganz bestimmt nichts mit den Absendern der letzten anonymen Mail zu tun, by the way. Ehrlich! Mach dir deshalb keine Sorgen, ja? Also, irgendwo in der Unterwassergrotte soll ich gleich mal Gegenstand schlummern, wenn Shinra feindliche Elemente ihn in die Finger kriegen, ist für Shinra der Ofen aus. Du musst ihn finden, bevor es zu spät ist. Weiß ich leider nicht mehr. Schade. In der Mail steht hier was von so einem Triple Blitzker irgendwie. Warte mal, wo ist denn das? Nützliche Tipps? Wenn man einen Elektroschock machen will. Tree Blitzker, there we go. Weiß ich, muss ich zwei Master Blitzkers haben vielleicht. Ich habe aber mein Blitzker zu einem... ...zu einem Dunkelblitzker gemacht. Wir arbeiten einfach mal mit das, was wir aktuell haben. ... ... ... Oh yeah! Insta-Death broken Bei der kann man bestimmt gut klauen, ey Die haben auf jeden Fall sehr viele Lebenspunkte Nein, die haben einfach Magical Resistance Die haben generell sehr viel Resistance Aus Missionen bekommt man das Und was soll das? Oh! Oh! Oh, was er? Oh, was er? Oh, was er? Oh, was er erzählt hat? Silber Armband. 100 Kill. Was ist das? Wo ist denn das? Gibt es da einen Schatz? Oha. 2, 3, 6. 4, 5, 1. Habe ich noch nicht freigeschaltet, glaube ich, oder? Ne. Das habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Oh, das ist Date Game, ey. Oh, das ist Date Game, ey. Aber vielleicht gibt es ja Materia Fusion. Crysis Core, Materia Fusion. Ja, gibt es auch eine Seite für Materia Fusions. Und hier wird es ja. Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht. Drenra, Smoga, Drangar, Drangar, Ultima Die Seite hat nicht wirklich geholfen Aber hier unten kommt dann 3 Thundaga, 3 Fire, Electrocute 3 Thundaga braucht man für Ultima Hier gibt es noch eine Seite 3 Thundaga How to obtain mission clear reward Kann man wirklich nicht erstellen Dann ist es kein Wunder Nee, das wird das Game wirklich nicht Ich gucke gerade, ob ich was aus wegfegen machen kann So dass ich nicht weiß, was wegfegen im Englischen ist Fällst du auf und minus 7 Grad sind sehr erfrischend Also erstmal doch ein bisschen wach Und Decke drüber Wach und Decke drüber Ich mache einfach weiter Missionen Dann weiß ich zumindest schon mal, dass man das nicht erstellen kann Durch Fusion Das hilft schon mal Das hilft schon mal Was für eine Decke drüber Was für eine Decke der Körper muss sittern Am besten nur in Unterhose Und sterben Ich habe 30 Magiesteine erhalten Ewww, das hilft Zustandsschutz Zustandsschutz Gravitas Ich habe schon mal gebrochen Ich habe schon keine Ich habe schon keine Konflict Nicht ist das original noch die gleiche musik schade so remix ist ja immer ganz geil ne ja schade eigentlich konnte ich weiß ich hab bock bald mal mein glückssatz ein bisschen hoch zu machen mit angriff was von den klauen kann aktivieren Junge, aufstehen! Dämonen-Bun High-Quality aber auch richtig Naja, so Remix-mäßig, ne? Das ist eigentlich auch immer ganz cool Ein Geheimnis, mein Name kann ich dir nicht verraten, dafür aber eine ziemlich heiße Info Übrigens habe ich überhaupt wieder nichts mit dem Absender der letzten Anonimates zu tun Ich schwöre, sei daher unbesorgt Also, irgendwo in einer Höhle soll ein geheimer Gegenstand versteckt liegen Pee Genau Ich habe gerade einen Dämonen-Bun bekommen Was ist das hier? Schützt vor Fluch Naja... Magie-Bus Plus 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 Viel Schatztun Plus 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 Oh yeah! Verdrehtes Stöhnenband. Aber das Game lässt einen freuen, ey, auf den nächsten Teil. Der kommt zwar erst 2,24. Und irgendwie steigt doch die Hoffnung, dass Dirt of Cerberus eines Tages einen Remaster bekommen wird. Wäre, also wäre eigentlich ganz geil, weil wäre ja schön mehr nochmal so einen Auffrischer zu haben für Wise meinetwegen, da er da der Endboss war und so, wie ist das? Den hat man ja schon im Final Fantasy 7 Remake DLC mitbekommen und irgendwie wahrscheinlich 80% der Menschen, die das gespielt haben, wissen gar nicht, wer das ist und denken sich so, hey, wo the fuck is that? Was für Wise? Und was labert ihr? Wieso tut ihr so, als wenn der Bekannte sind? Wenn wir jetzt spätigen, nimmst du Essen. Jetzt fließen wir! Wenn wir uns wirklich schnellen! Hier und alles gut fühlen, huh? Was beworfen oder die Erke. Aufgeworfen ist die Erke. Herkes nicht zu passen, das wäre etwas an вес, stimmt! Die Erke. Die Erke. Keine Erke. Wig steig, dein Erke. Anke. Die Erke. ... Sie werden uns für eine Erke. Oh, totes Endes, ey, auch, ey. Oh, totes Endes! Oh, das ist der Name Todes, ey. Nee, 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 nee. Ich will keine dieser. Ich glaube, ich mache jetzt die 100er Mission. Hier kann der Stille Impuls raus und ich würde gerne was gegen Stop haben. Oder wir nehmen aber das, was gute Stats hat. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm... Wie gerne... Super, super gerne... Analyse hoch machen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das wird ne Weile dauern... ... 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 Die Welt muss bloß überlegen was eben. Das hört ja gut. Der ist da, der ist da, der ist da. Das ist geil ein Burger, ja. Ich glaube nur ein Burger reicht noch nicht. Aua, aua. Aua. Ja, 1000. Das dauert ne ganze Weile. Was ist das? man wenigstens gut die materie mit leveln wahrscheinlich brauche ich gar keine tausend ich wollte einfach single attack Ah, da, da, da. Ah, Silen. No. Oh, this got fetish? Oh. Here we go. This is gonna sting. Oh, I'm not sober. Prove your... How about this? That's enough. Hier geht's! Oh, nein, du bist nicht! Bis jetzt! Ich liebe das! Dadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada Oh, 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 oh. Also ich spare ziemlich viel Zeit mit dem Insta-Dev hier. Der ist halt echt geil. Au. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, no, you don't. Heads up. That's enough. This'll do. Gonna love this. Bye now. That's enough. How about this? This is gonna sting. Aber wir sind schon bei Lieutenant S. Das heißt, wir sind wahrscheinlich irgendwo bei einem Viertel. I will both. How about dinner tonight? Sorry, I've got work. They just told me. Hmm, too bad You want me to talk to your boss? I don't recommend that My boss can be pretty scary Warm-up's over Mmh, 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 mmh ��는 Sign out Can we love this? Ooh, Crit up So? Fissledoo Can I love this? Got him Kritt ab Stopp Heinis He itself Beside Spice fear Of Speed That Is A W Oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no! Oh no, oh no! Machst du gegen 1000? Yo, Wolfclaw Gaming mach ich gerade! Aka dauert ein bisschen! Ganz viele Low Level Materie ist reingemacht und dann bam bam! Ich hab mich schon was zu essen bestellen sollen! Haha! Das machen wir ganz schnell! Das dauert ja eh noch einen Augenblick! Pfff! 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 Pfff!